Dieser Ford Focus steht hier zum Verkauf. Der graue Kombi ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 8000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 185 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,2 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017